die geänderungen bei der witwenrente witwerrente zum 1.7 2024 mein name ist peter knöbbel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 d meine damen und herren zum 1.7 2024 gibt es wieder einige wichtige änderungen im gesetzlichen rentenrecht unter anderem das haben sie ja nun auch schon mitbekommen erhöhen sich die gesetzlichen renten um 4,57 prozent zum 1.7 2024 gibt es dann auch wieder die neu berechnungen der witwenrenten oder witwenrenten witwerrenten und witwenrenten wegen einkommens anrechnung dann da ändern sich doch einige dinge und wir haben auch was viele leute oder was viele gar nicht wissen auch noch diesen bis 7,5 prozent extra rentenzuschlag meine damen und herren der gilt nämlich nicht nur für em bestandsrentner und das zeige ich ihnen jetzt mal was ich alles zum 1.7 2024 bei unseren rund fünf millionen witwen witwer erziehungsrenten bezieher und waisenrenten bezieher eigentlich alles so ändert bei den waisenrentnern da sage ich gleich was dazu gibt es schon seit längerer zeit keine einkommens anrechnung mehr ich bin ja auch gegen die einkommens anrechnung bei witwen oder witwerrenten aber das ist ein anderes thema also gehen wir mal los und wir freuen uns natürlich witwen und witwerrenten erhöhen sich um 4,57 prozent am 1.7 2024 ja die bundesregierung hat ja dem referentenentwurf des hubertus heil zur rentenwertbestimmungsverordnung 2024 zugestimmt dann haben wir natürlich zum 1.7 2024 einen neuen rentenwert der beträgt 39 euro und 32 cent prima so und jetzt kommt eigentlich dass das wichtige was vielleicht der ein oder andere von ihnen nicht so weiß es gibt nämlich zum 1.7 2024 nicht nur für em bestandsrentnerinnen und rentner und nachfolgenden altersrentnern einen sogenannten extra zuschlag bis 7,5 prozent sondern den gibt es auch für unsere witwenrentner witwerrentner die deren witwen oder witwenrenten auch waisenrenten zwischen 2001 bis 2018 bekommen begonnen haben der grund liegt ganz einfach darin dass witwen und witwerrenten genauso sowie erwerbsminderungsrenten im normalfall eine zurechnungszeit bekommen und wenn diese zurechnungszeit und diese zurechnungszeiten die sind leider muss man wirklich so sagen in den jahren 2014 bis 2018 deutlich niedriger angestiegen als die zurechnungszeiten bei den witwen und witwerrenten die nach dem 31 12 2018 begonnen haben das heißt also diejenigen deren witwen oder witwerrenten nach oder ab 2009 10 begonnen haben die fallen nicht unter die extra renten zuschlagsregelung bis 7,5 prozent das heißt also einige von ihnen ich schätze mal mehrere zehntausend vielleicht sind sogar 100.000 ich weiß es nicht werden vielleicht sind sogar million werden zum 1.7 2024 sich über einen zuschlag an extra rente bis 7,5 prozent freuen dürfen der hat im übrigen nichts mit der allgemeinen rentenerhöhung von 4,5 7 prozent zu tun meine damen und herren möchte sie auch darum bitten dass sie das wirklich dann auch bei der zuschlagszahlung beobachten und berücksichtigen das soll ja praktisch als zweite rentenzahlung dann im laufenden monat juli beginnen ja dann geht es weiter meine damen und herren was ändert sich denn noch wir haben es mit einem neuen einkommensfreibetrag zu tun 1038 euro netto einkommen gesamteinkommen sind anrechnungsfrei an eine witwen oder witwerrente erziehungsrente selbstverständlich auch bei den waisenrenten gibt es ja keine einkommensanrechnung mehr wie errechnet er sich ganz einfach dass das 26,4 fache des neuen rentenwertes 39 euro 32 cent dann haben wir auch noch zum 1.7 2024 einen neuen kinder freibetrag in einkommensanrechnung der beträgt 220 euro 19 der berechnet sich aus dem 5,6 fachen des aktuellen rentenwertes 39 euro und 32 cent meine damen und herren eine frage die wir immer bekommen können sich jetzt einfach mal merken zumindest wird ab dem 1.7 2024 welcher bruttoverdienst ist denn nun überhaupt eigentlich anrechnungsfrei an eine witwenrente das sind genau 1.730 euro denn diese 1.730 euro bruttoverdienst die bereinige ich um 40 prozent da gibt es entsprechende vorschriften im sgb 4 sozialgesetzbuch nummero 4 finden sie nicht im sozialgesetzbuch nummero 6 und das ergibt dann genau die 1038 euro netto bereinigtes einkommen anrechnungsfrei an die witwenrente aber meine damen und herren nicht vergessen es zählt immer das gesamteinkommen haben sie mehrere einkünfte müssen sie alle einkünfte alle brutto einkünfte bereinigen und dann zusammenrechnen sind die höher als die 1038 euro wird es dann abgezogen von der witwenrente 40 prozent so sie merken sich bei der einkommensanrechnung im grundsatz wird das einkommen aus dem vorjahr zur anrechnung im jahr 2024 herangezogen wir haben ja die einkommensanrechnung die neuberechnung zum 1.724 ja dann macht die deutsche rentenversicherung auch noch vergleichsberechnung aber so tief möchte ich nicht einsteigen sie merken sie einfach erst mal einkommen aus dem vorher wird herangezogen nur wenn sie kein vorjahreseinkommen haben wird aktuelles einkommen berechnet das laufende einkommen sie merken sich bitte mini job einkommen pauschal versteuert also wo sie keine steuerzahlen drauf wird grundsätzlich in voller höhe angerechnet dort gibt es keine pauschale bereinigung ja so dann merken sie sich bitte weiter gesamteinkommen höher als 1038 euro netto wird sich wird dann zu 40 prozent an die witwenrente angerechnet das heißt also wenn sie zum beispiel 1200 euro netto einkommen haben wird der differenzbetrag von 1200 euro zu 1038 euro zu 40 prozent an die witwenrente angerechnet einkommensminderungen von zehn oder mehr prozent bitte sofort der rentenversicherung melden dann haben sie anspruch auf eine neu berechnung der witwenrente zu ihren gunsten das gilt immer grundsätzlich ab dem monat der meldung des geminderten einkommens und last but not least unsere nullrentner müssen auch selbst aktiv werden wenn deren einkommen sinkt nullrentner sind die leute die aufgrund hoher einkünfte keine zahlung der witwenrente nach dem dritten monat mehr bekommen das heißt also wenn deren einkünfte deutlich sinken dann würde ich auf jeden fall der rentenversicherung sofort mitteilen hier leute ich habe weniger einkommen und dann zum schluss meine damen und herren noch ein herzenswunsch von mir bitte den berücksichtigen sie unbedingt wenn sie eine witwen oder witwerrente oder erziehungsrente beziehen dann sind sie verpflichtet jede aufnahme einer beschäftigung auch wenn es nur ein mini job ist der deutschen rentenversicherung mitzuteilen das sollten sie auch tun es dient nur zu ihrer absicherung die deutsche rentenversicherung oder die gesetzlichen rentenversicherungsträger drehen ihnen kein strick daraus dass sie denen das melden sie würden ihnen nur ein strick daraus melden wenn sie es nicht melden und es dazu führt dass die das durch die nicht meldung ein zu hoher rentenanspruch entsteht das heißt also wenn sie einkommen nicht melden welches deutlich höher ist oder welches zumindest höher ist als diese 1038 euro netto einkommen bereinigt dann haben sie letzten endes ein riesenproblem an der backe und das sollten sie doch bitte tunlichst vermeiden also ich kann ihnen wirklich nur empfehlen melden sie bitte einkünfte auch wenn es ihnen schwer fällt es führt zu nichts die rentenversicherung kann dann gegebenenfalls zehn oder mehr jahre rückwirkend ihnen die renten kürzen und das kann dann richtig böse teuer enden also meine damen und herren sie lesen sich bitte bei den witwenrenten bescheiden und witwerrenten bescheiden bitte aufmerksam die mitwirkungspflichten durch fangen sie da bitte nicht an irgendetwas auszulegen sondern schicken sie denen einfach eine erklärung hin ich kann ihnen nur sagen aus meiner erfahrung ich würde sogar nachprüfen ob die deutsche rentenversicherung ihre anzeige ihre anzeige der beschäftigung erhalten hat ich würde danach halten und dort auch nachweisbar dann die entsprechenden dinge hinterlegen so dass sie hieraus keinen nachteil erleiden können wenn die rentenversicherung darauf nicht reagieren sollte meine damen und herren das soll es gewesen sein zum thema wichtige änderungen witwen und witwerrenten ab dem 1.7.2024 ich wünsche ihnen wie immer eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel